Ich bin Johanna Quas vom Jahrgang 1925. Mein ganzes Leben trieb ich bisher fast täglich Sport und jetzt im Alter ist es mir wichtig, früh am Morgen eine Bettgymnastik zu machen und die empfehle ich auch allen, die den Weg in die Sporthalle nicht mehr schaffen. Wir liegen auf dem Rücken, Arme und Beine ausgestreckt. Jetzt tritt die rechte Ferse aktiv im Zehenbereich gegen den Widerstand des angewinkelten linken Fußes. Halten, circa drei Sekunden und wechselseitig wiederholen. Nun wieder lockere entspannte Rückenlage, dann Füße anwinkeln, gleichzeitig Beine zusammendrücken und Beckenboden und Po fest anspannen. Einige Sekunden halten, dabei nie das Atmen vergessen. Wiederholungen bestimmen Sie selbst. Zum Abschluss die Beine im Wechsel überkreuzen. Alle Übungen mehrmals wiederholen. Nach dieser Bettgymnastik bin ich fit für den ganzen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.